Sie hören Wächter der Magie, der weiße Stein von Lara Lorenz, gelesen von Chantilunau, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Kapitel 1 Familienkonferenz Seufzend betrete ich das Wohnzimmer, in dem meine Eltern auf mich warten. Ich liebe sie, aber wir leben nicht auf dem gleichen Planeten. Manchmal denke ich, wir teilen nicht mal die gleiche Galaxie, aber ich bin ja auch kein genetischer Mix dieser fantastischen Menschen, sondern ein adoptiertes Kind. Wahrscheinlich von Alpha Centauri. Sie sollten froh sein, dass ich keine Tentakel habe. Mom sieht mich liebevoll an und klopft neben sich auf die Couch. Familienkonferenz ist bei ihnen ein anderes Wort für Mel, wir ziehen um. Ihre blonden Haare sind tadellos frisiert und sie trägt legere Kleidung, was selten genug vorkommt. Allein, dass sie und Dad zeitgleich hier sind, ist ungewöhnlich. Er ist ebenfalls Arzt, während Mom jedoch die Unfallchirurgie gewählt hat, ist er plastischer Chirurg. Beide sind liebevolle, perfekte Exemplare des amerikanischen Traumes. Nur ich passe in diese Familie so gut hinein, wie ein Tintenfisch auf eine Hunderennbahn. Dad sieht mich an, seine dunklen Haare sind kurz und seine strahlenden blauen Augen blitzen erfreut. Mel, mein Schatz, setz dich. Wir müssen mit dir reden, sagt er und ich versuche, ein freundliches Gesicht aufzusetzen. Meine Eltern sehen aus, als wären sie aus einer Werbung für die amerikanische Lebensweise geklettert. Adrett, wunderschön, liebevoll, erfolgreich. Wenn ich sie nicht so lieben würde, ich könnte sie für ihre Perfektion nur hassen. Es ist selten, dass ich sie zusammen antreffe. Familienessen kann ich in eine Hand abzählen. Aber sie nehmen sich immer Zeit für mich. Manchmal zu viel Zeit, als wäre es eine Verpflichtung, die sie abarbeiten. Sofort schäme ich mich für diesen gehässigen Gedanken und nehme Platz, woraufhin mich Mom sofort in ihre Arme zieht. Du bist so groß geworden, Liebling, murmelt sie und ich rolle mit den Augen. Mom, das nennt man Wachstum. Ich kann ja nicht ewig ein Hobbit bleiben. Dad schnaubt, halb amüsiert, halb verzweifelt. Sie haben alles probiert, aber ich bin nun mal keine Cheerleaderin. Im Gegensatz zu meiner blonden Mutter mit ihren perfekten glatten Haaren habe ich einen dunkelblonden Lockenkopf, der einen kräftigen Stich ins Rötliche aufweist. Nicht das Sexy-Rot, von dem Männer schwärmen, wenn sie über irische Mädchen sprechen. Es ist mehr in der Richtung, halbschimmelige Karotte anzusiedeln. Immerhin habe ich jetzt endlich die 1,65 Meter geknackt und darf in der Achterbahn vorne mitfahren, denke ich sarkastisch, bevor ich Mams Kopfschütteln bemerke. Meine Haut ist hell, fast weiß, aber auch nicht die vornehme hübsche Blässe, die ein Mädchen attraktiv oder zerbrechlich wirken lässt. Ich sehe immer aus, als ob mich jemand gekalkt hätte. Glück habe ich nur an der Pickelfront, die lassen auf sich warten. An einem Ort, wo sich auch meine Brüste befinden müssen, wenn ich mich morgens im Spiegel betrachte. Ich bin nicht dick, aber auch nicht dünn genug, um bei den angesagten Mädchen mitspielen zu können. Nicht, dass ich es wollte, aber sie lassen mich auch nicht. Mel, hast du mir zugehört? fragt Dad und ich zucke verlegen zusammen. Natürlich nicht, und das gebe ich leise zu. Mel, wir haben ein Angebot von Ärzte ohne Grenzen bekommen, sagt er, und ich vergesse einen Moment meine pubertären Probleme. Oh je, also wirklich umziehen. Wieder eine neue Schule, wieder neue Klassenkameraden. Das ist toll, Dad, echt, sage ich, und es klingt eher wie, er schießt mich sofort. Er und Mom tauschen einen weiteren resignierten Blick. Ich bin die sarkastische Zynikerin der Familie, und das bedrückt sie. Ich wäre zu ernst für mein Alter, zu verschlossen, zu sehr Mel. Naja, ich bin Mel, damit müssen sie leben. Eine Einstellung, die ich auch bei meiner Therapeutin vertrete, zu der Mom mich zweimal die Woche schleppt. Trotz ihrer Termine, ihrer Doppelschichten und allem, sitzt sie immer vor der Tür, während Mrs. Susan Moore mir versucht, Lebensfreude zu vermitteln. Ich hätte deutlich mehr Lebensfreude, wenn meine Eltern zu Psychopharmaka greifen würden und nicht zur Therapiekeule. Die Pillen könnte ich sogar an ein paar Klassenkameraden verkaufen, was meinem Taschengeldkonto guttun würde. Aber ich will mich nicht beklagen. Geldsorgen habe ich wirklich keine. Und wo soll es hingehen? Frage ich und meine Eltern tauschen einen Blick, der endlich mal nichts mit mir und meinem Verhalten zu tun hat. Überall hin, Mel. Wir wären 15 Monate unterwegs. Erwidert Mom ruhig und wirft mir einen unschuldigen Blick zu. Nicht das erste Mal, dass wir weiterziehen wollen, aber bisher war zumindest immer ein Haus oder eine Schule als Konstante vorhanden. Jetzt noch als Zirkuskind irgendwo im Senegal zu enden, nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich komme nicht mit, Mom. Ich habe nicht zwei Jahrgangsstufen übersprungen, um dieses Jahr meinen Abschluss machen zu können, um jetzt als Dank statt einem intelligenten Mobbing-Opfer an einer staatlichen Highschool ein durch die Gegend vagabundierendes, weltweites Mobbing-Opfer ohne Abschluss zu werden. Ich habe hart dafür gearbeitet und will nächstes Jahr studieren. Meine Stimme klingt aufgebracht. Und das bin ich auch. Ich bin nicht viel. Nicht hübsch, nicht groß, nicht dünn genug. Aber herrje, ich bin intelligent und weiß, dass die Schulzeit eine Hölle ist, die ein natürliches Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Und das konnte ich dank meiner Leistungen um zwei Jahre herabsetzen. Und die ganze Büffelei, immer die jüngste und kleinste in der Klasse zu sein, die hämischen Kommentare der dümmeren, aber älteren Schüler und die Sanktionen, die offensichtliche Intelligenz zur Folge hat, das alles kann einfach nicht umsonst sein. Zudem kenne ich meine derzeitigen Mitschüler und kann mit ihnen umgehen. Naja, ich kann sie gut umgehen. Im Sinne von ausweichen. Aber darum geht es gar nicht. Ich komme klar und habe noch ein Jahr vor mir. 15 Monate durch die Weltgeschichte geschleift zu werden, mögen dümmeren Kindern wie ein toller Urlaub erscheinen. Aber ich war einmal bei einer humanitären Aktion meiner Eltern dabei und weiß, dass es in erster Linie bedeutet, in einem bewachten Areal zu sitzen, während sie arbeiten. Es ist todlangweilig, meist heiß und die hygienischen Bedingungen sind abenteuerlich. Ich hasse Abenteuer nicht wirklich. Wenn sie aber mit dem Benutzen von sanitären Einrichtungen Hand in Hand gehen, habe ich meine ganz persönlichen Erfahrungen schon hinter mir. Ich werde meinen Schulabschluss dieses Jahr machen. Ich komme nicht mit, verkünde ich bockig und meine Eltern tauschen einen Blick. Mel, Baby, es ist eine tolle Gelegenheit für uns und für eine gute Sache, setzt Dad an und ich werfe ihm einen Blick zu, dem er nicht standhält. Er weiß, dass ich von ihnen schon zu oft herumgezerrt wurde. Ich bin nicht böse deswegen, aber Freunde und Schule waren bei mir immer ein kurzes, herausforderndes Vergnügen, so herausfordernd, dass ich es irgendwann immer als Zwischenstation angesehen habe. Meine letzte Freundin hatte ich mit acht Jahren und danach meine Geburtstage mit meinen Eltern gefeiert. Es hat sich nie gelohnt, jemanden besser kennenzulernen. Wir waren in Tampa, New York, Chicago, Memphis und jetzt sind wir in San Francisco. Mir ist es langsam egal, wo ich wohne, aber sie könnten wenigstens auf einem Kontinent bleiben. Mel, wir haben zugesagt. Es ist eine wirklich tolle Chance Und du musst mit, wir können dich ja schlecht alleine hier lassen, höre ich Mom sagen und ihr bedauernder Unterton ist mir durchaus bewusst, aber im Endeffekt haben sie sich ja ohne mich entschieden. Ich könnte bei Grandpa bleiben, dann mache ich den Abschluss eben dort, sage ich und werfe ihr einen Blick zu. Sie sieht irgendwie erleichtert aus. Oh, Mist, deshalb haben sie schon zugesagt. Bestimmt hatten sie damit gerechnet und wollten es nur so aussehen lassen, als ob ich am Ende meinen Willen durchgesetzt hätte. Ich vergesse wirklich ab und zu, wie gut sie mich kennen. Was hat Grandpa gesagt? Frage ich und auch Dad hat den Anstand, ein wenig rot zu werden. Er würde sich freuen, meint er. Mel, wir hätten auch abgesagt oder dich mitgenommen. Wir wollen nicht, dass du denkst, du bist uns egal und wir würden dich Mutterseelen allein zurücklassen. Nein, egal nicht. Nur nicht wichtig genug, um wegen eines Kindes die Karriere zu opfern, aber das will ich ihnen nicht vorwerfen. Sie sind prima Eltern, wenn auch ein wenig zu beschäftigt. Meine Mom ist eine tolle Ärztin, die in ihrem Leben schon unzählige Leute zusammengepflegt hat, aber nie in der Lage war. од eindrücken,